Frühmorgens in Köln. Eigentlich lebt Tom Franz in Israel, schon seit elf Jahren. Erzogen wurde er ziemlich katholisch am Rhein. Wenn er mal wieder hier ist, beginnt er den Tag am liebsten unter seinen heutigen Glaubensbrüdern in der Synagoge. Er ist viel unterwegs. Als international bekannter Koch, aber auch als eine Art Botschafter des Judentums in Deutschland und Deutschlands in Israel. Reisen Sie immer mit dem eigenen Gebetsumhang Kippa und allem, was dazugehört? Ich habe immer alles dabei, was dazugehört, um den Tag mit Gebet zu beginnen. Und dazu meine Gebetsriemen und der Talit und der Sidur, mein Gebetsbuch. Und der Teffelin, die Gebetsriemen an Arm und Kopf. In den Schächtelchen aus dem Leder von koscheren Tieren befinden sich Pergamente mit Texten aus der Tora, dem Grundstein des jüdischen Glaubens, den fünf Büchern Mose. Als Sie noch in Köln gelebt haben, hat die Synagoge da irgendeine Rolle für Sie gespielt? Als ich noch in Köln gelebt habe, war die Synagoge vielleicht irgendwie so ein Punkt der Sehnsucht von mir. Aber ich habe hiermit noch nichts zu tun gehabt. Also mein Leben hat noch nichts mit dem jüdischen Leben zu tun, insofern auch nicht mit der Synagoge. Ich bin im Endeffekt erst hier richtig hingegangen, nachdem ich in Israel die Konversion angefangen habe. Und hinterher dann auch als Jude nach Deutschland kam, um hier halt mit meinen Glaubensgenossen zusammen zu beten. Aber es ist nicht Teil meiner deutschen und meiner Kölner Vergangenheit. Fühlen Sie sich deshalb jetzt hier doppelt zu Hause? Ich bin sehr glücklich, wenn ich hierher komme und hier in einem Gebet teilnehmen kann. Und dass in Köln und dass hier das jüdische Leben stattfindet, das ist ein gutes Gefühl. Heute ist Montag. Da werden beim Morgengebet sogar die Tora-Rollen herausgeholt. Der Kantor liest daraus feierlich vor. Möglichst ohne das handgeschriebene Pergament mit der Hand zu berühren. Und weil Tom Franz hier kein Unbekannter ist, darf er als Gast dem Kantor assistieren. Eine große Ehre für den konvertierten Juden, der heute in Tel Aviv lebt. War der Morgengottesdienst genauso schön wie in Israel? Es ist anders, wenn ich hierher komme. Ich muss hier ein ganzes Stück mit dem Auto fahren, um hierher zu kommen. Und es fängt auch viel später an. In Israel fange ich morgens um 6 Uhr, also schon beim Morgengebet an. Ich genieße es, hier zu sein. Aber ich mag auch meine Routine in Israel. Ich fühle mich da sehr wohl und habe da meine Gemeinde. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber egal, wo ich bin, ich versuche immer, auch in der Öffentlichkeit zu beten, wenn es geht. Jeden Morgen? Also man fängt nicht an und überlegt, was frühstücke ich und was habe ich jetzt nächstes zu tun. Sondern man fängt erst mal mit einem Gebet an, mit einem Gespräch mit Gott. Danach ist sein Tag durchgetaktet. Ja, ich meine, das schmeckt so südlich bei dem. Ein kurzes Treffen mit einem alten Freund. Dann warten ein paar junge Austauschschüler im alten Rathaus auf seinen Auftritt. Was wollen Sie den Jugendlichen gleich vermitteln vor allen Dingen? Ich habe vor, vielleicht dem einen oder anderen Lust zu machen, auch an so einem Jugendaustausch mitzumachen und teilzunehmen, Israel zu besuchen und uns wirklich kennenzulernen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann, dass man über die Nachrichten vor allen Dingen hinaus ein bisschen mehr sich Wissen aneignet und vor allem die Menschen kennenlernt. Also wirklich einfach Zeit zusammen verbringt. Und ich habe noch keinen erlebt, der das gemacht hat und nicht hinterher total überrascht war, aber positiv überrascht war, wie toll das Land ist, wie nett die Menschen sind und das auch in guter Erinnerung behalten wird. Auch bei ihm selbst begann die Liebe zu Israel mit einem Schüleraustausch. Später dann kam der Zivildienst bei Aktion Sühnezeichen. Auch seine Frau hat er in Israel kennengelernt. Aus seiner deutschen Herkunft hat er nie ein Geheimnis gemacht. Auch nicht bei dem Kochwettbewerb, der ihn in Israel berühmt gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Davon habe ich viele Sachen gemacht, die aus Deutschland kommen, die auch aus Köln kommen. Also ich habe mich also nicht versteckt, dass ich kein Deutscher bin, dass ich kein Jude war, sondern ich habe das alles ganz klar durch mein Essen auf den Tisch getan und habe dazu die Geschichten erzählt. Und es ist unheimlich gut angekommen. Geplant war ganz etwas anderes. An der Uni Kölner Tom Franz Jura studiert. Seit dieser Zeit war er nicht mehr hier. Vermisst hat er den Erfrischungsraum des Studierendenwerkes allerdings auch nicht. Also ich musste tatsächlich jetzt nachdenken, den Weg zu finden. Aber jetzt, wo ich hier bin, das sieht alles für mich gleich aus. Vielleicht sind ein paar neue Schränke da oder sowas. Aber es ist alles beim Alten geblieben. Also Universitäts verändern sich nicht so schnell. Ist es schön, wieder hier zu sein? Ach, das ist schon schön, mal wieder hier zu sein. Also ich habe, wir waren jetzt ein gutes Jahrzehnt, dass ich nicht mehr hier war. Und das frischt mal wieder Erinnerungen auf. Erst einmal wurde Tom Franz Rechtsanwalt. Doch in Israel hatte man nicht gerade auf einen deutschen Handelsrechtler gewartet. Er verbesserte seine Hobbykochkünste, meldete sich zu der Fernsehkochshow an und gewann sensationell mit einem koscheren Menü. Gar nicht so leicht für einen wie ihn, hier was Passendes zu essen zu finden. Anwalt blieb er nicht lange. Die Religion wurde immer wichtiger. Dann habe ich mit genau Anfang 30 an irgendeinem Tag gesagt, weißt du was, du musst deinen Prioritätenleiter umdrehen. Du musst erst auf Spirituelle gehen und dann Familie, Beziehung und dann erst Karriere. Karriere als letztes. Karriere bin ich bereit zu opfern, wenn die ersten zwei Dinge stimmen. Und das habe ich gemacht. Ich bin gegangen und habe meine Karriere geopfert und habe dann voll auf Spiritualität gesetzt. Als nächstes kam wirklich, als hätte ich es geplant wieder, dann kam Liebe und Familie. Und jetzt, ja, zum Schluss kamen sogar noch die Karriere oben und drauf, auf die ich bereit war zu verzichten. Sie kamen in einer ganz anderen Richtung. Ich meine, wer hätte damit gerecht, dass derjenige, der eine Juristenkarriere aufgibt, dann als Kochkarriere macht. Als solcher ist er diesmal vor allem nach Köln gekommen. Für eine große Gala mit knapp 100 Personen. Der Autodidakt gibt dabei lauter Profis den Takt vor. Sie kochen seine Gerichte, eine Mischung aus Orient und Occident. Verstehen Sie sich eigentlich als Kocher, Herr Franz? Das ist eine gute Frage. Also ich muss wohl schon sagen, mein Leben dreht sich seit drei Jahren immer ums Kochen, immer um Rezepte. Und ich denke, daher kann man sagen, ja, ich bin Koch. Also es ist, anders kann man es wohl nicht beschreiben. Obwohl Sie es ja nicht gelernt haben in dem Sinne. Also mein Vorteil ist ja, dass man, um als Koch akzeptiert zu werden, nicht wie ein Pilot oder ein Anwalt oder ein Arzt ein Diploma haben muss, wo man dann, damit man auch von den Leuten ernst genommen wird oder von ihnen den Dienst geben lassen. Als Koch reicht es ja, weil man wirklich gut ist und es schmeckt. Heute in Köln hören acht Profiköche auf sein Kommando. Die Gäste kommen, um zu genießen, um 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen zu feiern und Geld für einen Kindergarten in Israel zu sammeln. Mitarbeit der Vater, der Bruder und die Ehefrau von Tom Franz. Der kümmert sich jetzt erst einmal um die Messe. Kleine Vorspeisen und Dips, wie Honig mit Thymian und Olivenöl. Vieles davon direkt aus Israel. Ich habe also einen Koffer voll, knapp 20 Kilo, habe ich Zutaten mitgebracht. Das meiste ging in die Patisserie und hier habe ich auch einiges mitgebracht. Also der Koffer war voll. Wäsche zum Wechseln haben Sie aber auch noch mit. Das Gute war diesmal, dass wir ja in Köln sind. Und das ist in der Nähe von meinen Eltern. Und da habe ich immer noch einen kleinen Kleiderschrank. Und diesmal musste ich nicht so viele Sachen zum Wechsel mitbringen. Außer der Kochjacke hatte ich alles hier. Sein Vater freut sich über jede Gelegenheit, mit seinem Sohn zusammen zu sein. Denn Tel Aviv ist weit und die Reisen dahin selten. Wie finden Sie das? Das war natürlich überhaupt nicht vorhersehbar. Als er sich entschied, Jura zu studieren, habe ich gesagt, Thomas, das ist prima, mit einem Jurastudium kannst du hinterher alles machen. Ich hatte an viele Möglichkeiten gedacht, aber nicht an die, Chefkoch zu sein. Aber er scheint ja zurecht zu kommen jetzt. Ja, absolut. Sind Sie stolz? Ja. Sein Sohn interessiert sich jetzt für sein Paradegericht, mit dem er den Kochwettbewerb in Israel gewonnen hat. Das wird gut. Ja, wir machen ja auch heute Abend Reibekuchen. Das hat aber auch... Koscheren-Reibekuchen? Ja, in dem Sinne Koscher. Ich meine, Koscheren-Reibekuchen kann ich wieder nur in der Koscheren-Küche machen und nicht überall. Was hätte da passieren müssen, damit diese Küche hier komplett koscher gewesen wäre? Eine Küche koschern ist sehr, sehr aufwendig. Also man muss alles erstmal besonders reinmachen, dann muss es aber auch noch rituell gereinigt werden. Das heißt, viele Gegenstände müssen tatsächlich auch mit Feuer bearbeitet werden entweder. Und andere Gegenstände müssen in die Mikve, ins Ritualbad eingetaucht werden, um koscher zu werden. Das sind Vorgänge, die sind sehr aufwendig. Und vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo es dann einmal koscher gemacht ist, darf es nicht mehr in Berührung mit irgendwas kommen, was nicht koscher ist. Das heißt, wenn wir jetzt für ein Event eine Küche koscher machen, dann dauert das zwei, drei Tage, die zu koschern. Und dann bis zum Event darf keiner einen Fuß reinsetzen und kein einziges nicht koscheres Produkt reinkommen, damit das Essen, was rauskommt, wirklich koscher ist. Deshalb ist das Essen heute auch nur koscher-Style. Die Reibekuchen bekommen einen orientalischen Touch durch Gewürzkomfort und Sirup. Das Landhaus Kuckuck hat einen Michelin-Stern. Mit solchen Topköchen arbeitet der Autodidaktum Franz sonst nicht. Und einer wie Jürgen Pohl nicht mit einem Koch aus Israel. Haben Sie schon viel gelernt heute? Wir haben schon viel gelernt, ja. Wir leihen ein gestecktes dazu, neue Zutaten. Dann verarbeitungsweise. Aber die Reibekuchen, die kann ich nur schon. Nur nicht so. Auch dem besternten Küchenchef, Erhard Schäfer, scheint es zu schmecken. Er hat das Kommando über seine Küche heute gerne abgegeben. Das Niveau steigert sich im Laufe des Abends noch. Musikalisch mit dem Duo Lorenzen aus Tel Aviv und auch kulinarisch. Da gibt es zum Beispiel Thunfisch-Cevice mit Rote-Beete-Carpaccio. Herr Franzi, Sie wirken nicht unstolz gerade. Also das sieht schon fantastisch aus, was wir hier aufgerichtet haben. Also, ich bin mehr als zufrieden. Auch wenn er zu Hause bei seinen Eltern ist, kocht er koscher. Ob das abfärbt? Nein, nein, wir kaufen ganz normal die Kölsche Küche. Sein Sohn, der ehemalige Jurist, wirkt auch beim Kabeljau mit Püree von Jerusalem-Artischocken ganz bei sich. Vielleicht klingt der Vergleich. Ich würde das fast mit jemandem vergleichen, der sein Leben lang heterosexuell gelebt hat und dann auf einmal gemerkt hat, dass er homo ist. Und ich war mein Leben lang Bankkaufmann und Anwalt, bis ich dann die Chance hatte, rauszukommen und zu merken, ich will ja eigentlich Koch sein. Ich fühle mich viel mehr in meiner Haut, wenn ich Koch bin, als wenn ich einen Anzug anhabe und Fälle bearbeite. Musik Den Anstoß zum neuen Leben gab seine Frau Dana. Ich habe ihn immer bedrängt. Tom, du musst an diesem Kochwettbewerb für Hobbyköche teilnehmen. Schließlich hat er eingewilligt. Dann kam unser Sohn. Es war eine sehr schwere Geburt und ich wäre dabei fast gestorben. Er hat dann alles ruhen lassen und sich nur noch um das Baby und mich gekümmert. Danach habe ich ihm gesagt, aber jetzt gehe bitte in diese Show. Du verdienst es, etwas für dich selbst zu tun. Schließlich hat er zugestimmt. Und jetzt ist er glücklich, dass er auf seine Frau gehört hat. Wie man sieht. Man muss sich den kochenden Botschafter wohl als glücklichen Menschen vorstellen. Wie lautet Ihre zentrale Botschafter? Ich glaube, über das Diplomatische und das Wirtschaftliche hinaus müssen Menschen sich treffen. Und in allen Bereichen ist es gut, wenn Menschen sich zusammenfinden und zusammen essen. Wo Menschen zusammen essen, ist gleich eine Verbindung da. Aber wenn man dann noch zusammen kocht, also dann noch zusammen essen, ist es wunderbar. Applaus